Hey, willkommen wieder bei Team Ultimate. Wir zocken hier wieder eine Runde und Overchamp hat es endlich hingekriegt, seinen Skill aus... nee, Skin auszuwählen und zockt deswegen das erste Mal mit seinem Frost-Skin. Yay! Wuh! So, hier noch eine schön peinliche Geschichte für euch, die ich euch jetzt wahrscheinlich erzählen werde, weil hier wieder die Leute mit den Holz-PCs nicht lange laden. So, wohin gehen wir? Okay, und Trinder mehr geht in die Mitte. Stille, oben, okay. Oko ist on. Sehe ich dich mega geil aus. Ja, Mann. Mach mal die Rolle. Ich will mal sehen, wie das Skill aussieht. Ja, Mann. Hier, wir haben natürlich vorher alles geplant, deswegen direkt in die Mitte, weil er mit Trinder einfach der brutalste Mittelgänger ist, den man sich vorstellen kann. Und mich total ablosen wird. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. Ich roll mal in den Busch rein. Wenn ich Ash hab hier als Gegner, dann wäre das schon... Soll ich in den nächsten Busch schon reinrollen? Ja, ich laufe mal einfach da rein. Oh, je haben wir. Je? Ich hatte ja nie gehabt. Boah, ich will nicht Nidale haben. Ich will Ash und Kogma haben. Ich will Ash haben. Ich will Ash. Ich will Ash. Ich will Ash. Jeder will Ash. Wir haben Trinder mehr. Super, ihr und Trinder mehr. Ja, nicht Trinder mehr. Das ist geil. Die sollen schon kommen. Vielleicht haben wir wirklich Ash und Kogma. Aber ich bezweifle, dass Nidale in die Mitte kommt. Ha, ich hab Ash. Ja, jetzt haben wir Nidale und Kogma. Und Nidale ist schwer, macht so krank viel zu viel Schaden. Verpiss dich! Ja, ja, ich bin unterwegs. Prima. Rex, du wirst immer sein gekillt. Ich sag's dir. Nein, ich hab Heal. Sag aber bitte jetzt, es ist dringend, dass sie SS sagt, wenn jemand wirklich SS sein sollte. Ja, unten sind beide da. Weil sonst habe ich ein ziemliches Problem. Ich bin mal Base, ne? Oh, da ist auch schon. Scheiße, kommt genug nicht zu. Verdammte Scheiße. Muss das sein. Alles klar, Gott sei Dank. Auf wen gehen wir stille? Äh, Kogma. Warte, jetzt. Ja, genau, das war voll Kogma. Ja, der war selber übelst Kogma-mäßig heute drauf. Ne, ja. Immer noch, ne, alles. Die Trinamäer einfach voll der Noob ist. Alter, ich bin... Ich bin Tank und mach den fast kalt. Aber der... Jo, wie geil, jeder aus dem Gehtnern hat sich ein Tiefes geschafft. Ähm... Hier, wie heißt Trinamäer ist? SS. Hm, ja. Und gießt von der Mitte auf wieder auf. Aber ich glaube, Trinamäer ist Base, weil ich den Grad derzeit noch 10 HP oder so. Wow. Der Rest sicher ist Mittel gegangen, um uns zu töten. Alle sind beide hier. Die haben jetzt Angst vor uns, Philipp. Ja. Sollten sie auch haben. Ich hab nämlich jetzt meinen Rüstungs-Speck-Machteil. Nein. Die sehen dich nicht, oder? Die sehen mich nicht. Und jetzt können sie mich sehen, jetzt wenn ich mal im Busch. Warte, die kommen jetzt gleich... Irgendeiner kommt gleich im Busch. Blutrausch. Angriff und Lauftempo dieser Einheiten sind erhöht. Ja, der in den Busch kommt, den holen wir uns. LOL. Ich hab einen einzigen Schlag auf Ash gemacht und sie hat Heal gemacht. Was ein Bock. Ach, scheiße. Boah. Nein, ich bin gestorben. Fuck, Mann. Ist da mal zu Yi? Hm, naja, komm. Warte. Na, ich mach mal Vasallen weg. Ach, und nicht mal den Kill bekommen, sondern nur eine Assist. Wie traurig. Wer von uns ist denn schon gestorben? Ich. Äh, ich. Aber der Tower hat mich gekillt. Ich wurde von Dings getötet, von Niederle. Bei mir steht irgendwie, dass nur einer tot ist. Ja, aber ich wurde auch den Tower gekillt. Frosdramus vom Tower gekillt. Echt peinlich. Alter, dafür hab ich zwei gekillt, dafür. Ja, ich hab auch zwei gekillt und ein Assist. Ich hab einen gekillt und ein Ass- äh, und zwei Ass- Assists. Ach, das ist nicht voll. Hilfe, Stille. Okay. Aber was machst du da? Wieso machst du immer alles wach? Ohne mich. Ich dachte, du liebst mich. Ja, komm, lass sie einfach wegrennen und gleich gehen wir noch drauf. Ich bin kurz in der Base. Lock den hier hin! Wie ist das? Das bedeutet, die rennen deshalb beide weg. Nice. Okay, beim Tower in der Mitte sieht's nicht so gut aus. Ernst? Ernst. Warte, ich hab meine Rolle gleich. Ich hab gleich mein... Ah, fuck, ich hab keinen Marner. Ich kann nix machen. Ich komm von vorne. Scheiße! Fail. Ach, Wille. Oh, sorry, ich hatte nix. Ah, nicht schlimm. Von Mann, auch gar nix. Ja, war auch noch ein bisschen wenig von mir jetzt da drauf zu gehen. Aber ich hab jetzt schon, ähm, die Gürtel des Riesens. Geil. Das sollte heiß! Stull hast du dir gesehen? Seht schon. Hä, war denn nicht gut? Äh, 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 äh. Lass die Vasallen, Ruhe, Stille. Lass die Vasallen. Lass die Vasallen. Pfoten weg. Was? Wieso? Oh, Stille. Die sollten nicht weitergehen. Die sollten genau in der Mitte die ganze Zeit kämpfen, dass die Gegner keine Erfahrung kriegen. Ich kann noch einmal mit drauf gehen. Jetzt habe ich keinen Mama mehr und muss weg. Ich bin am Bates. Das finden ist verloren. Ich gehe mal in der Mitte, versuche in Ashe zu kehren. Ey, kommt einer mal runter. Die ist mir, glaube ich, schon zu gut. Ähm, Rex, kannst du dich irgendwie ein bisschen zurückfallen lassen in nächster Zeit? Jo, ich gehe dann mal eben runter. So. Alter, rennen. Warte, nicht drauf gehen. Ich wollte nur ein bisschen Schaden machen. Wo sind die? Oh, ja, ja, ja. Philipp. Im Busch. Mach mal da Rückruf. Ja, warte, 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 die Sonne kommt. Oh, ja, ja. Ein Gegner wurde getötet. So, danke. Versuch, noch eben Ashe zu packen. Oder hast du schon geholt? Till. Ich habe Ashe schon geholt, sorry. Ach, nicht so. Ich gehe dann eben nach oben aus. Warte mal, da ruft mich einer an. Ich glaube, da ist auch jemand die ganze Zeit an. Ich gehe jetzt kurz nach oben. Okay, und mir wurde ein YouTube-Link geschickt. Warte mal, ich lade mal eben, lade mal irgendeiner Timo ein. Nein, der soll nicht in die Konfi werden wir aufnehmen. Ihr Schatz schwer. So, ich gucke mir ganz kurz in YouTube was an. Warte, ich bin eben Timo einladen, beschützt mich. Warte, wenn wir aufnehmen, bringen wir zu nichts, oder? Egal. Äh, ich bin mal eben weg. Ja, ciao. Aha, mir wurde ein Video geschickt, wo Nidalee als Katze rumrennt. Cool. Toll, Philipp, echt, ey. Der hat doch gesagt, der ist nicht da. Ja, schon klar. Aber der hat auch gesehen, dass die beiden gerade da waren. Alter, der kann nur noch mal ganz kurz ignorieren. Oder nicht? Das ist sowieso unnötig, den jetzt ins Gespräch einzuladen, wenn wir gerade zocken und aufnehmen. Ja, habe ich ja zehnmal gesagt, aber irgendwie hört er nicht auf mich. Die Schlage aus dem Schatten zu. Wo steht deinem Busch, haben wir gleich einfach gekillt. Mann, was für ein Scheiß. Hm, echt geil. Rex, gehst du gleich wieder mit? Jo, kann ich machen. Jo, dann geh du direkt nach oben. Ich renne dann schon mal los. Ja, echt, ist, ist, ist. Okay. Oh, nice. Oh, nice. Ich bin da da da. Schade dir, der kommt. Oh, fuck. Scheiße. Alter, hast du wenig Leben. Ja. Bin kurz in der Base. Überraschend. Ja, ich weiß. Es muss jetzt nur noch einer kommen und mich streicheln, dann nicht tot. Super, ey. Ja, ne. Boah, es wird overchamp im Busch gekillt, was soll der Scheiß. Ja. Wieso bleibt er mitten im Busch stehen, wenn der Kasachsisch geht kurz raus? Boah, Philipp, was sollte der Scheiß? Macht er dauernd auf dem 3 gegen 3 mitten im Spiel, hat er mitten auf AKD stehen und sagt, ja, ich bin kurz AFK. Nee, letztes Mal stand er sogar nicht im Gebüsch. Genau, er stand er nicht im Gebüsch, weil ich nicht drauf geachtet hatte. Genau. Und wir mussten ihn dann beschützen. Das war auch ziemlich deprimiert. Alter, der soll mal wiederkommen. Und gleich scheißt er uns noch an. Ich bin wieder da. Tut mir leid, ich hab... Tut mir leid. Ja, ich bin tot. Ist schon okay, ich hab gehört, was ihr gerade gesagt habt. Ich hab geredet. Ich hab schon seit 2 Minuten oder so geredet, aber dann hab ich erst gemerkt, dass ich stumm geschaltet hab. Philipp, wenn du auch kamst, ähm... Geh doch einfach auf Base oder so. Erstens Base und zweitens, geh nicht AFK, während wir aufnehmen. Wollte drücken eben den B-Knopf. Oh, ist doch egal. Nein. Jetzt hört auf, rumzupissen. Jetzt sind die gefiedelt. Ich geh drauf, ich geh drauf, ich geh drauf. Ich wohl, lass noch ein... Ein Kill und dann sind die gefiedelt, oder was? Nein, die haben mich auch gekillt. Nice. Das wusste ich nicht. Nein! Ich hasse die Passive. Ach, schade, du bist tot. Verdammt. Ja, die Passive hat mich noch gekriegt, leider. Weil Ash ist zu... zu vorsichtig. Die rennt andauernd weg, sobald ich auf die zurenne. Kriegt jemand gerade in naher Zukunft einen Turm kaputt? Nö. Okay. Der an der Mitte von uns ist bald kaputt. Der braucht auch nicht mehr lang. Ja, ich komm sofort mit. Komm, kannst du dich rollen? Na. Ich könnte mich in den Tower rollen, aber das wäre Selbstmord. Eben. Wenn du Mana hättest, könnten wir das machen. Was heißt... Ich bin...